Jetzt kommt, glaube ich, das Vorbild zum Stück, nicht? Das ist auch ein Stück, das ist geschrieben für Else Meinders. Wer kennt Else Meinders noch? Ja, Pommes-Stromes früher, Egemann-Straße, Denkhoffinger-Straße. Hatte morgens bis 5 Uhr. Und wenn man so hackevoll aus der Stadt kam, kommt man da noch eine Pommes-Stromes in die Skakadelle. Und wenn man Glück hatte, brachte man ihn nach Hause. Okay, das ist unser Rock'n'Roll. Ich spiele mir für Kerstin Walde. Dann haben wir letztes Jahr dazu gefragt, wenn wir das spielen. Dann haben wir gesagt, das können wir nicht. Dann haben wir den geübt, geübt und geübt. Dann haben wir gesagt, heute machen wir das für dich, Kerstin. Ja, wir können es auch noch nicht. Dann haben wir gesagt, das ist ein Stück, dass du schon mal Delta einst. Auch da wirst. Sonst hat euch das gesagt, die Cruyff und Stadt. Ich bin gerade einmal inλη безblockend. Wo das Haus hängt, wo das Haus hängt, was hab ich noch gehört, ich hab ein Glück, in den Zündern, mit Hand und Augen, in den Schmack und was besuchen, und ich seh, daum ich will, ein Flickerdell, jetzt könnt ihr mitmachen, daum ich will, ein Flickerdell, daum ich will, ein Flickerdell. Daum ich will, daum ich will, ein Flickerdell, was sind nicht nur uns, ich will, ein Flickerdell, wo ich will, ein Flickerdell, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020